Wir sind zurück in der Vergangenheit, 2010. Wir haben Beth getroffen und nun müssen wir zu Vils Labor und die Gegenmaßnahme stehlen. Weiter geht's. Wir wissen, dass es wichtig ist, dass es wichtig ist. Wir kontrollieren das Ort. Ja, Beth wusste über deine Präsenz. Sie hat spiert selbst. Wir kamen über die Rooftops um zu vermeiden. Will weiß, dass wir kommen? Nein, er ist nicht. Oh, das ist ein Powerbite. Ja? Feiertag, nehm? Whoops, sorry. Ha, ha, ha. Von diesem Punkt sind wir vielleicht in ihren Augen. Wir müssen schnell sein. Oh, oh, oh. Ich hab irgendwas hier. Immer schön. Da oben ist es. Ha, ich hab's gefunden. Eins von drei. Moment, wie viel haben wir eigentlich noch? Drei Punkte, hm? Was können wir noch hier eigentlich verbessern? Erhöhte Reichweite. Zeitexplosion. Na. Erhöhter Fokus. Multitektorm würde ich gerne nehmen. Dafür haben wir nichts. Lass uns den Zeitschild mal machen. Zeit verlangsamen. Ah, wir brauchen noch einen Punkt dafür. Mist. Hm. Ah, ja, ok. Weiter geht's. Oh, wie sind wir hier? Ja. Er ist nicht hier. Ich habe sichergestellt. Was? Warum? Er ist derjenige, der weiß, wie benutzen die Schmerzen. Das ist das Grund, er muss sich保flich sein. In case... Dinge passieren. Okay. Wir bekommen das Gerät, dann kannst du mich nach meinem Bruder. Okay. Jetzt, wo wir finden das Gerät? Will sagt, er hat es in einem Gerät. In einem Gerät. All right, Will. Wo hast du das Gerät? Ja. So, Fernseher. Es ist April 2nd, 1999. Es ist ungefähr ein Monat seit dem Fall. Seitdem ich wurde. Seitdem ich den Mann von der Zukunft wurde. Seit Wilder. Bis zum nächsten Mal. Ich habe es geholfen. Ich habe es geholfen. Ich wollte es, ich hätte es, aber... Es gibt es, aber... Ich werde es nicht mehr als möglich. Aber mehr wir wissen, was es passiert, das ist, was wir. Wir sind ein Puppets. I can take that for as long as I can't tell the difference. I think she understood. It doesn't matter anyway. She told me the fracture is gonna happen because of what I did. It's... I have to fix it. I have to. I don't know how yet. I have to build a countermeasure of some kind. I know the theoretical mechanism of the field's collapse, but how to stop it, let alone reverse it? It'll take years of research. I have no idea how to do this. How to pay for it. I don't know. Wilder's from the future. And she came to me. I have to assume, that I was successful. Right? Why else would she come to me? I think it's bad that they that they don't have to do this with us. I'm not giving it to you. And it was stolen before you ever had the chance. Which means... This is the only way I can play out. This must be where he built it. Okay, weiter. E-Mails wieder, Leute. So, und wie immer pausiert, dann könnt ihr euch selbst mal durchlesen. So, weiter geht's mit uns. So, ähm, hier gibt's etwas. Hier gibt's etwas. Es gibt etwas, was du wissen musst. Du bist der einzige, der kann es nicht verhören. Es gibt keine theoretischen Grundlagen. 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 Und es wird. Du musst es aufheben. Du musst es aufheben. Auch von denjenigen, die du liebst. Es ist nur eine Art, um sie sicher zu halten. Du hast einen gesehen, nicht? Und Echo? Ja. Es war du. Jep, long time ago. Hey River Boy, I'm pretty sure you folks are having a better time than I am. I'm pretty sure you're here, but I'm pretty sure you're here. They enjoy what I hope, or spectacular. Every joke you hear is funny. That's it. Shit, shit. Locked out again. Where was the failsafe switch? Follow the wire. Which one was it? Blue? Or was that the emergency shutdown? Shit. I knew I should have labeled the wiring. And... Open sesame. Emergency shutdown initiated. Shit, ass, fucking goddammit. Yellow wire, I knew I'd do it. I built a goddamn time machine, but I can't remember to keep a piece of shit door unlocked. So viel dazu, oder? Let's see how we go. It was all there on the board. The details of his downward spiral. His work consumed him. It became some kind of desperate obsession. He was never the same. The device wasn't there. But it must have been at one time. Okay. Das ist jetzt problematisch. The door is locked. Knowing Will, that's where the safe is. Just need to find a way in. The power setup wasn't working. But it must have worked at some point. Maybe I can bring my time to get this working. So. So einfach geht's nicht, ne? Das heißt, wir müssen hinrennen. Und go. Und so muss es auch laufen. Na, jetzt fängt es an, Spaß zu hören. Safe herauszufinden. Haha, in der Kombination. Er hat nicht den Code verlassen. Aber ich kann es schlafen. Ich brauche nur ein bisschen Zeit, um... jemand ist hier. Es ist Monarch. Ich wusste es. Ich wusste, dass sie uns finden würden. Ich nehme es. Ich nehme es dir. Es ist sicherlich offenbar. Bleib da drin. Ja. Okay. Damn it. Leute, können die mich nicht in Ruhe lassen. Du warst auf dem Moment, dass du gekommen bist. Du hast nie eine Chance gehabt. Du warst auf einer Suizid-Mission. Ja. Ich werde nicht schlafen und einfach ohne eine Kampf geben. Nicht dann. Nicht immer. Ich glaube sie haben noch nicht Technologie. Wahrscheinlich. Von 2016. Auf immer. Aber auch wenn. Ha ha! Bitte? Äh, was nochmal? Ich hab dich nicht ganz genau verstanden. Und weg mit dir. Ha ha, so läuft es. So einfach könnt ihr mich nicht. Security. Oh, Serene kommt. So, irgendjemand lebt doch hier, da hinten. Boom! Ha ha! Ah! Dance, man. Dance. Okay, den haben wir auch erwischt. Oh, guck mal an. Weiterentwickelte MP. Hey. The fuck, dude. Ist der eigentlich mal down? Nein, der ist noch nicht da. Und was the fuck? Weiß ich, ich hab doch auch hier einen Karabiner. Ich seh grad keine mehr. Einen Typen da oben hab ich noch nicht erwischt, oder? Ach shit, man. Okay, 5 Sekunden. Okay, 5 Sekunden. Takedown. Okay. 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 Und lauf, 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 mein Kleiner. Takedown. Und, go. Ich lauf, die ganze Zeit hin und her. So, die können mich jetzt nämlich nicht mehr treffen. Komm, zeig dich. Wollen wir mal mit dem Takedown hier machen? Papa. So, für die brauch ich das Ding. Boom, so machen wir uns. Was? Da ist mein Rucksack. Oh, ich komm. Ich komm wieder. Okay. Gib mir das Ding. Komm mit mir. Wir können das zusammenleben. Wir können das zusammenleben. Wir wissen, dass es nicht zuhörst. Ich kann es sehen, in deinen Augen. Wir wissen das. Wir müssen das schlafen. Was? Was wenn ihr falsch ist? Kío. Ich kann das nicht. Wir wollen. Wir wollen. Wir wollen. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! We failed. We created Ground Zero. Caused everything to happen how it always did. Every piece falling into place. Except one. The blast sent you through time, brought you back to 2016. The same exact time from which you left. Something anchored you there. We need to know how you did this. You think I wanted to come back? I was pulled away. Everything I came for was still back there. Left behind. No, 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 Beth. Beth, Beth, come on, move. Beth, get up. Beth, come on, get up. Please, Beth. Beth, you need to move, okay? Yeah, yeah, that's it. Get the gun. Come on, come on, come on, Beth, move. Come on, please, please. Beth, move. Paul, don't do it. Don't do it, don't! I'm not wrong. You can't. No! No! Serene had to countermeasure the whole time. I had to get it back. A rash decision. You claim Beth Wilder's death had no impact on your behavior, but... Like I said, I barely knew her. So, what you did next. It wasn't personal. No. Und wie es war. Und wie es war. Report Rexes. So, Akt 4 haben wir jetzt beendet. Aber bam, ich hätte nicht gedacht, dass Beth sterben wird. Bam. So, dann wollen wir mal, sind wir wahrscheinlich wieder an einem Punkt gelangen, wo wir entscheiden müssen. Mit Paul Serene. So, fortfahren. Knöpung, kontrollieren oder ergeben. Ich habe noch viel Zeit, ich weiß. Ich habe 17 Jahre gearbeitet, um es zu planen, um es zu entwickeln, um Monarch zu entwickeln, weil ich wusste, was zu kommen. Und ich wusste, dass es nicht zu stoppen kann. Aber was ich gebaut hat, hat mich verletzt. Was ist das Ziel, wenn ich sie nicht verletzt? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Die Krankheit ist, ich bin. Die Krankheit ist, ich bin. Die CFR. Es hat mich so viel zu verletzt. Aber ich habe, ich habe, dass es die Macht ist. Und mit dem wird mein Plan funktionieren. Mit dem werde ich die Lichter aufhalten, wenn die Welt schmerzt. Herr Serene, sorry zu dich, Herr, aber ich habe das Klinik-Report in Dr. Kim's Lab, wenn du es möchtest. Zuerst mich in meinem Office-Soldier. Ich werde da sein, wenn ich die CFR-Chamber schiebe. So, jetzt ist er nur noch alleine. Jetzt ist er nur noch alleine. Eine kleine Explosion. Meine Träten sind alle weg. Die erste Sache ist erstens. Klinik die Chamber. Ein toter Mann, der nichts mehr zu verlieren hat. Okay. Wow. Begegnung der Feind. Was das bedeutet. Für mich. Für den Plan. Ich kann es in meinen Gedanken fühlen. Oh, sie war die ganze Zeit auf deiner Seite. Ja. Letztendlich vielleicht war er doch der Gute, wer weiß. Sehen wir wahrscheinlich am Ende. Aber es gibt ja noch Akt Fünf. Komm mal. Sir. Beide mit dir, Son. Oh, jetzt geht dir wieder normal. Muss halt zeigen, dass es ihm gut geht. Report. Sir, Sie haben uns gefordert, das Demolisch-Lab-Demolisch-Lab-Demolisch-Lab-Demolisch-Lab-Demolisch-Lab-Demolisch-Lab-Demolisch-Lab-Demolisch-Lab. Deine Träten wurden zerstörte, aber es gab noch einen. Der Kassel erscheint, dass er zerstörte, aber es ist alles, was wir finden können. Oh, schuldigen wir in das. Eine meiner Träten. Aber es ist verletzt. Ist es sicher, dass es zu benutzen? Äh, Sir? Ich habe das nicht getroffen. Oder ist es ein Verletz? Eine andere Verletzung. Die Träten wird mich weich machen. Ist das, was sie wollen? Können sie allen von ihnen vertraut? Halten, um Kontrolle zu zeigen, oder halten, um Aufgabe zu zeigen? Ich bin nicht ein Traitor. Wir sind jetzt gleich. Und ich brauche deine Hilfe. Ich kann mich auf der Mission fokussieren. Das Lebensstück. Ich sehe es bis zum Ende. Ich habe immer noch so viele, die ich vertraut. Schau, du musst wissen, dass du mich nicht verhindern kannst, von einem CFR zu bekommen. Letztes Chance, weg zu gehen, Joyce! Liam Burke. Er würde kämpfen, um uns zu retten. Um zu schlafen Jack. Der Plan könnte trotzdem funktionieren. Sie haben alle mich verhindern. Sie haben mich verhindern. Sie haben meine Verletzung. Und jetzt... ich werde dich verhindern. Und mein Welt wird neu. Mein Welt wird sehen. Balance. Chaos. Es ist schlägt. Sie arbeiten gegen mich. Sie sind gegen uns zu kämpfen. Ihr müsst ihr in Serene kommen. Er hat direkt zu den CFR. Okay? Joyce fixiert die Fracture. Er fixiert die Welt. Jetzt wird alles nicht passieren. Charlie Wincott. Ein anderer Weakling. Ein Traitor, der mit Jack mit sich betrifft. Ich kann sie zufassen. All von ihnen. Sirin hört auf, gegen sein Kronosyndrom anzukämpfen. Er verliert den Glauben an seinen Plan und an Monark. Nee, er muss dran... Nee, nee, Kontrolle. Sirin hält an seinen Motiven fest und versucht ein letztes Mal seinen Plan in die Tat umsetzen. Nee, nee, er war ein Fanatiker, diesen Plan durchzuführen. Deswegen gehen wir auch damit. Sirin. Dankeschön. Ich werde gleich nach unten. Dismissed. Ja, Sir. I feel... more clear-headed. Calmer. But it won't last. I need to work fast... while I still can. ... Bradbury Swimming Pool. Ich sehe euch dann in der nächsten Folge und viel Spaß beim Live-Action-Movie bzw. Serie-Teil findet ihr in der Playlist, auf jeden Fall bis Dene.